Der Frankfurter Bankenviertel hat ein Hochhaus gesprengt. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bevölkerung geschützt wird, gezeichnet. City Bomber. Dein Vater ist aber komisch. Tja, ich würde der Sache schon etwas mehr Bedeutung geben. Potenziell kommt alles in Frage, was Sie da drüben sehen. Verwächtige Person, das Dauermantel geht in Richtung Messe-Turm. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn jetzt. Er steht ungefähr 100 Meter vor dem Messe-Turm. Lorin, geh von dem Torben! Lorin! Lorin, von dem Torben! Hallo, Papa! Schick halt! Er hat auch das Mädchen nicht alles gehalten. Wenn er sich bewegt, sofort schießen! Papa! Sagen Sie keinen Unsinn! Papa, ich schläf! Papa! Papa, ich schläf! Papa! 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 Papa!